Dominik hat vorgeschlagen, dass wir mit Julia, also Dominiks Freundin, Dominik, Marsha und mir einen Livestream Mein-Mann-Kann-Battle machen. Aber eigentlich brauchen wir noch zwei Pärchen. Eigentlich bräuchten wir noch zwei weitere Pärchen. Könnt ihr bitte Simone von mir grüßen? Bin großer Finn unterstrich wieg unterstrich karte unterstrich fr unterstrich freitag. Willst du Felix? Hallo? Achso. Oh ja, das ist huge. Das ist huge. Ey, liebe Grüße übrigens. Ich wusste natürlich direkt, wer mit Felix gemeint ist. Ich wusste als erstes an den Rotpilz denken gerade. Kennst du den? Okay, gut. Scheiß drauf. Was ist das für ein Clip? Ich bin großer Finn unterstrich wieg unterstrich karte unterstrich fr unterstrich freitag. Willst du Felix? Hallo? Achso. Oh ja, das ist huge. Das ist huge. Ich bin großer Finn unterstrich wieg unterstrich karte unterstrich freitag. Dich ruft jemand an. Oh nein. Oh mein Gott. Jo, Felix, was geht? In erster Linie möchte ich erstmal Hallo sagen zu Marsha und nicht zu dir, Kevin. Aber dir sage ich auch noch aus Respekt Hallo, Hallo, Kevin. Du, ich habe hier gerade einen Clip zugesandt bekommen. Ähm, da ging jetzt die Frage irgendwie von dir hervor, wer ist Felix? Ja, ich muss da einen Rotpilz denken. Wie das jetzt dazu zustande kam einfach, Kevin. Ja, in meinem Kopf bist du als Philo abgespeichert, weißt du? Sind doch Freunde, Kevin. Sind doch Freunde eigentlich. Gute Freunde, waren zusammen in L.E., waren zusammen Urlaub machen, waren zusammen schwimmen. Wir haben uns zusammen unsere Arschlöcher gewext. Warte mal, warte mal, wir waren zusammen schwimmen, wann waren wir zusammen schwimmen? In L.E.? Wo waren wir da schwimmen? Achso, Pool, ja na klar, ja, in den Unterhosen. In unserem reichen Privatpool, Kevin, waren wir schwimmen. Du meinst in L.E. mit den Unterhosen? Mit den Unterhosen, Kevin, in L.E. Und ich finde irgendwie diese ganzen Erlebnisse waren sehr schön und ich hab dich jetzt als Freund auch irgendwie in meinem Herzen drin und ich kenn deinen Namen. Ich kenn deinen Namen. Guck mal, ich kenn ja auch deinen Namen, aber ich hab deinen Namen einfach in meinem Kopf als Philo abgespeichert, weißt du? Als Philo. Okay. Okay, alles gut, Kevin. Solange du weißt, ich bin dein kleiner Felix, ist alles gut. Felix, du wirst immer mein kleiner Felix bleiben. Danke. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, versprochen, geb ich dir entweder dein Shirt zurück oder 100 Euro. Entweder dein Shirt zurück oder 100 Euro. Okay, kannst du mir mal kurz bitte Marsha geben und laut ausmachen? Äh, ja. Ja. Marsha, bitte sorg dafür, dass dieses Shirt nie wieder in Kevins Hände gerät. Ich brauch das Geld. Er hat gesagt, sorg dafür, dass das Shirt nie wieder in meine Hände geht. Er braucht das Geld. Mit ihren Freundinnen und Nervia fehlst du in Kehle-Podcast. Tschüssi. Ciao, ciao. Man kann niemandem vertrauen auf der Welt. Jeder stirbt alleine. Sobald die Situation kommt, kriegst du ein Dolch von deinen vermeintlichen Freunden in den Rücken. Echte Freundschaften sind rar. Sehr rar. Es ist egal, ob man zusammen nach L.E. fliegt. Es ist egal, ob man sich zusammen das Arschloch hat wechseln lassen. Das spielt alles keine Rolle, wenn es dann irgendwie darum geht, sich in bestimmten Situationen an die Freunde und die Namen zu erinnern. Wie man hier sieht, leider, ja. Ich weiß nicht, wer. Wer ist Felix? Wer ist Felix? Hallo? Ach so. Oh ja, das ist huge. Ja, huge. Das ist huge. Das ist huge. Das ist huge. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich sage ganz ehrlich.